Das ist ja der Beste, Kinder sind schon geil, wenn sie nicht schon abhängt, ist geil dabei. Kinder bringen uns ganz klar, immer wieder in Gefahr, die allerschützten, allerschärfsten. Stichkonden erfinden, sind Kinder zu Kinder, nur kommen sie den kleinen, süßen, pinken und nicht zu nah. Dünne sind gemein, gefährlich, unvermöchenbar, ja, sehr unvermöchenbar. Ach gut. Das ist ja der Beste, Kinder sind gefährlich, wenn sie nicht schon abhängt, ist der Beste. Das ist ja der Beste, Kinder sind gefährlich, wenn sie nicht schon abhängt, ist der Beste. Ohrenstöpsel und erheißen, sind sicherer Beste, was denn Kinder sind gefährlich. Und sie küssen mich, die Guten, mit ihren Wagen in der Wagen schüttet. Ohrenstöpsel und erheißen, sind sicherer Beste, die Kinder sind gefährlich, wenn sie nicht schon abhängt, ist der Beste. So, liebe Freiburgler, haben Sie gehört? Ihr könnt singen, stimmt das? Ja! Könnt ihr auch ganz toll singen? Ja! Oder lieber gesagt, sehr schön singen, könnt ihr das? Ja! Und wenn wir jetzt mit euch singen, versprecht ihr dann, dass ihr bis ganz da oben mitsingt? Ja! Okay, dann machen wir das jetzt. Wir wollen mit euch ein Lichterkamon machen, aber wir fangen an als ein Chor, ein großer Chor, alle zusammen. Ihr könnt einsteigen, sobald ihr könnt. Drei, vier, vier. Ich gebe dir ein Zeichen, ich gebe dir ein Zeichen, an und aus, an und aus. Sieh die Lichter, hier im Dunkeln, an und aus, an und aus. Ich gebe dir ein Zeichen, ich gebe dir ein Zeichen, an und aus. Und jetzt üben wir diese Stelle mit an und aus und an. Und wir machen alle ein Trick mit dem Knopf oder mit der Hand davor. An und aus, an und aus, ihr haltet einfach die Taschenlampe aufs Knie, dass die ganze Beiste immer kurz dunkel ist. Schau, an und aus und sieh die Lichter, hier im Dunkeln, an und aus, an und aus. Ich gebe dir ein Zeichen, ich gebe dir ein Zeichen, an und aus. Was ist denn los mit mir? Ihr seid wirklich gut. Aber jetzt geht es wirklich um ein Kanon. Also dafür verteilen wir uns in zwei Chöne. Ich ziehe hier mal eine denkbildliche Linie, genau in der Mitte. Und da ist genau die Trennung zwischen diesen linken Teilen. Ja, euch nenne ich mal Glitzerchor. Und euch schenke ich einen eigenen Chorleiter. Und der heißt Max. Was? Nichts Exec. Nichts Exec. Nichts Exec. Nichts Oppenheimerchor. Nichts Dec. Nichts效. Nichts效. Nichts check. Nichts성.